Ja und herzlich willkommen zurück bei Booyah KDE und Call of Duty. Ja, wir sind hier immer noch in Frankreich unterwegs. Das dürfte noch länger dauern und machen noch gleich weiter. Wohin muss ich überhaupt? Gib mir mal was, ein bisschen Munition. Was denn? Das ist keine Munition. Okay, zuhören. Charlie-Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen. Sie brauchen Munition und Feuerkraft. Schicken Sie einen Trupp los. Sir, wir sind schon ausgedünnt. Es geht noch dünner. Ja, Sir. Scheiße. Wir können die Jeeps nehmen, aber wir brauchen Panzerunterstützung. Das ist der Plan. Herr Rice, wir sind folgt Ihnen mit dem Trupp. Geht nicht. Wir haben Befehle von Collins. Wir gehen mit der Elften nach Westen. Verdammt noch mal. Den Jungs, da läuft die Zeit davon. Ihr macht das allein. Nehmt die Jeeps und los. Schnell! Alles klar. Dann mal los. Charlie hat Scheiße am Arsch und wir haben das Papier. Na los! Okay. Was darf ich fahren? Yeah, geil. Wo geht's nach Marigny? Geil. Heute dieser Straße. Es ist das übernächste Dorf. Steine Burgung voraus. Safte! Ja, ja, ja. Die Straße Garten ist nicht nach vorne. Halt's Maul! Was laberst du mir ins Ohr rein? Ui. Ey, was schreit der Typ rum? Das ist ja unnormal. Ja, 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 ja. Wo denn? Weiter! Ja, wo, wo? Nein! Den hole ich mir! Batsch! Boah! Allerdings. Boah! Ich drück ja drauf, alter! Das wär ja schon mal hier gewesen. Aaaaaaah! Rechts? Na gut. Ullala. Oh! Ach, wir haben einen MG. Yeah! Geil. Yeah. Yeah. Also, wenn das nicht Laune macht, das ist richtig geil. Oh mein Gott. Hab ich noch Muni? Ja. Keine Munition mehr? Komm. Komm, komm, schieß! Das ist ja ein Gemetzel. Das ist ja fast schon unmenschlich hier. Wo sind noch welche? Puh. Boah. Gar nicht mal übel. Das bringt mich um. Ja, das war jetzt geil. Das war sein Befehl. Okay. Die Sonne geht bald unter. Sie kriegen eine Atempause. Verzeihung, Sergeant. Ja. Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude. Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private. Vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz. Sir. Er hat nur Angst. Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern. Ihre Seite sieht verdammt erschissen aus. Mir geht's ganz toll, Sergeant. Denn jetzt. Passen Sie auf ihn auf. Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch. Ausruhen, Männer. Marigny bei Sonnenaufgang. Ja, okay, das... Ich kann nicht glauben, dass ich wieder an Sassmans Seite stehe. Er schlägt sich gut, wenn man bedenkt, dass wir uns gerade meilenweit durch Welle gekämpft haben. Man sollte meinen, dass Pierce eine Rücksicht auf ihn nehmen würde. Falsch gedacht. Okay. Dann geht's auch gleich weiter. Das war dann wohl Operation Cobra. Cobra, Cobra, Cobra. Und jetzt? Jetzt kommt die Festung. Ja. Und wo findet die ganze Geschichte statt? 26. Juli. Wir haben uns in einem Bauernhaus vor Marigny versteckt. Ich schließe meine Augen und denke an Hazel. Aber am Ende habe ich wieder diesen Traum. Gut. Es tut mir leid. Mission starten. Red, erschieß ihn! Albtraum, hm? Immer wieder. Werde nicht los. Schon besser. Wo du dich aus? Nein. Ich beweise Pierce meinen Wert. Er ist mir scheißegal. Du musst gar nichts beweisen. Ja, aber ich hab die Schnauze voll. Zu Hause regeln wir die Dinge anders. Von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich verstehe das. Glaub mir. Ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür drauf geht. Du passt ja schließlich auf mich auf. Übrigens. Passt der heilige Michael auf uns auf. Also, gibt's keinen Grund zur Sorge. Wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Erzählst du jetzt von deinem Traum, oder was? Wölfe rissen unser Vieh. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Brad, erschieh sie! Ich versuch's, ich versuch's! Schneller! Alles okay? Es tut mir leid, Paul. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, Kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur ihm gerecht werden, sondern auch piercen. Die Festung. Turner wird den Manövertrub auf den Platz führen. Unser Job? Unterstützungsfeuer von der Kirche aus. Noch Fragen? Gut. Ich hab' ne Frage. Jetzt nicht dein. Es wird dein Goldner Schwer. Los jetzt. Ich glaub' er mag mich. Oh ja. Geil, weiter geht's. Es geht los. Es geht los. Wo sind die Nazis? Ah, da drüben sind sie ja. Hallo, Nazi. So, komm, was gibt der hier? Der gibt mir irgendwas Neues. Was ist das? Ich brauche den Signalrauch. ILO. Daniel, den Kopf unten halten. Signalrauch. Wozu? Schmeiß' ich den mal. Und jetzt? Was passiert? Wow. Ganz schön heftig. Okay, gut. Peng, peng. Treff' nicht. Jo. Hat aber keinen getötet. Ich dachte, da wär' einer. War aber keiner. Da war ja gar keiner. Doch, da ist einer! Da hier ist auch... Oh, da vorne ist auch noch einer. Oh, jetzt wär' ich fast gestorben. Oh, oh. Ist'n bisschen dü... düster. Ist das einer? Was machen die da drin? Boah, da oben sind ja auch noch welche. So, okay. Ich... Geh' mal runter und heil' mich mal kurz und... Mal schauen, ob ich das überleben werde. Oh. Alter, oben! Uiuiuiui. Nein! Das Gewehr ist einfach nicht schön. Ich... Ich... Soll' ich das hier nehmen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht recht. Ob da ist... Boah. Mann. Okay. Boah, das war jetzt richtig schlecht. Richtig schlecht. Bewegung! Bewegung! Sind das unsere Leute? Ja. Nehmt mir nicht mein Medipack. So. Versteckt sich hier noch einer oder was? Das ist Sussman. Was ist hier? Kuh. Aha. Das wär... Krieg ich jetzt gleich? Nein, anscheinend keine Medipacks für mich. Dann eben nicht. Was nähert sich? Wo? Peng, peng. Peng, peng. Gebt mir ein anständiges Gewehr. Das funktioniert so nicht. Munition, naja. Ich möchte eigentlich jetzt Medikids, aber warten möchte ich auch nicht. Wer tot? Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Willfer tut er damit? Wer ist da? Dann bringen ihn doch hoch. Wer kostet... Wow! Auf die Vorsicht! Toll! Wo! Oh! Daniels, zieh dich doch raus. Ich gebe Deckung. Leute, kann mich nicht bewegen! Heines sind Deutsche ich dachte es wären Franzosen wo das noch schlimmer wäre, so komm den habe ich boah die Sau ich bin getroffen aber nicht schlimm sehr schön den haben wir auch ja wer ist noch da? ich bin mir hier mal unter ich kann mich nicht bewegen Hans NG des was? an der Ford boah das war ja fies was war das? was war denn das? ok dann muss ich mich eben beeilen boah nee jetzt geht jeder rein ich bin unschön mach mal hin so jetzt habe ich leider keinen das ist ein bisschen heftig hier ich sehe nicht wer schießt da oben oh man ich muss da rein komm schon hallo wo sind noch welche? da ist noch einer oh der schießt noch und sonst alles ok ok sehr schön an der Kirchentür sammeln an der Kirchentür sammeln einmal sammeln bitte aber zuerst würde ich ich hätte gerne noch Sassman wo ist Sassman? ah hier verstanden rein damit nur eins warum denn nur die Tür jetzt knauserig ja ich komme ja warum muss ich die Tür aufmachen ok wo sind sie hin? sie müssen geflohen sein als sie uns gehört haben die Deutschen haben Vorrede zurückgelassen aufstocken bevor wir zum Tor gehen es wird aufgestockt wo hab ich jetzt nachgefunden? wo? da ist noch einer was wo? ich hasse Granaten außer ich schmeiß sie selbst was eine Schrobflinte? die will ich auch haben er hat eine Schrobflinte der Bastard warum hat der eine Schrobflinte? war das eine Schrobflinte? ein Drilling was ist das? wo tatsächlich PEN naja ob mich das Ding so happy macht weiß ich nicht Flammenwerfer auf den Boden ich glaube ich nehme wieder die Flammenwerfer oh 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 man dann schieße sie doch ab wenn du ein Visier hast oh 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 bloss Komm, dann nehme ich eben doch wieder die hier Ne, da komme ich ja nirgends hin Ah, Entschuldigung Ich muss mal Komm, 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 komm Ne, ich nehme wieder die hier Das funktioniert nicht mit der Boah Wo, wo? Ich sehe keinen Okay, gut, dann mach mal hin Gib mir das Teil Ich schieße jetzt Mit Leergeschossen, lade nach Du Sau Die Kirche gehört uns Endlich können wir losbeten Was das Zeug hält Yeah Hier Medi Was muss ich tun? Was hat er gesagt? Ich habe es leider nicht verstanden Gut, Daniels Sie nehmen die Tür Ich nehme die Tür Mal wieder Muss ich die Tür nehmen Warum ich immer Immer ich Bewege mich zur Tür Wow Leute schießen unsere Jäger ab Ja, Sergeant Daniel, Steil, Schmidt, komm Wir geben vom Turm aus Deckungsteuer Bin froh, dass du da oben aufpasst Kein Druck Keine Sorge, ich gebe dir Deckung Hoffentlich Alle Mann, die Treppe rauf Bewegung Die Treppe rauf Ah, jetzt ist auf einmal offen hier Sehr schön Los, los, los Oh, oh Weiter rauf Weiter rauf Wo ist Wo geht es weiter rauf? Bisschen dunkel hier drin Ah, hier drüben Die hat hoffentlich keine Höhenangst Würde das was ändern? Nein Na los, rauf da Hopp, hopp, hopp Wow Ist das Jesus? Jetzt wird wieder das Sniper-Problem kommen Das war schon mal nicht gut Okay Ich komme ja gleich Das sind nicht mehr viele Der eine ist noch So So Und jetzt die Scharfschützen Wo seid ihr? Hier Nein Habe ich mir verwundet Jetzt habe ich ihn abgeknallt Den habe ich auch erwischt Und noch mal Ja, so geht das auf einmal Keine Ahnung Der hat einen Flammenwerfer Uiuiuiui Ist der tot? Nein, daneben Komm So Den auch noch Wow, wow, wow Zu früh gedrückt Komm schon Auf unseren Trupp konzentrieren Ja, ja Wieder daneben So, jetzt aber Ist der tot? Beschützen Sie Sassmen Auch das noch? Auf Ihre Geschütze feuern Okay Okay Oh Du hast auch mal einen gehabt Dankeschön Ist aber nett von dir Da hinten kommen ja noch ganz viele Schrei nicht so rum Oh, das sind ja meine Leute Geil Wo war es? Da hinten oder wie? Ich sehe keinen Wo? Was? Was soll ich? Beschützen Sie Sassmen Und da ist Achso Ist eigentlich gut gemacht Boah Aber nicht im Ernst Achso Wir können gleich da weitermachen Und jetzt muss ich auf die Schie Ich muss mich ein bisschen konzentrieren Ich will Ich schaue mir immer an Wie schön es hier aussieht Anstatt zu schießen Wo hat es noch Leute? Oh oh Boah, das ist immer weiter weg So weit Ich treffe nicht auf die Distanz Oh oh Ich werde es nicht schaffen Komm schon Jetzt ist schon wieder einer drauf Ah, okay Ja, 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 ja Sassman kann ja auch selbst was Ein bisschen schießen Oder nicht Ist ja nur einer da Okay, der wurde mir geklaut Und jetzt Ja, und das heißt Was muss ich tun? Beschützen Sie Sassmen Wo sind denn diese Ziele? Ich sehe die gar nicht Sie haben ihr Team Nicht beschützen Okay Okay, okay Dann eben nochmal Achso, da war noch eins Nein Treffe ich auch was? So, der ist, glaube ich, weg Da ist noch einer Ah, ich treffe nicht Ja Komm schon Puh, also die Mission hier Die hat es in sich Das ist jetzt Der, weiß ich Wie viel der Versuch Irgendwie weiß ich nicht Wo ich die Luft Was war das jetzt? So Und jetzt Jetzt habe ich rausgefunden Wo ich die Luft anhalten kann Dann soll das Ganze So ein bisschen einfacher werden Sie werden voll hinten beschaffen Sie werden umstellt Die Deutschen haben sie umstellt Sie haben ihn Okay Ich bin da Ich bin da Upsa Nicht erwischt Den habe ich Wo ist noch einer? Okay Wir schützen Sie Sassmen Ich sehe nicht wo Wieso Und warum Das ist Turner Gut ist er angeschrieben Sonst gäb es Wuhu Wuhu Die letzte Flakke Raus hier Schnell Wo denn Wo geht es hier raus Oh mein Gott Nein Ich habe den Nein Doch nicht Entschuldigung Oh 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 Ich komme ja Oh 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 Oho. Uiuiui. Okay, ich bin grad sehr seltsam gestorben. Ich nehm das, glaub ich, mit. Ups. Okay, ich nehm's doch nicht mit. Dann rennen wir mal raus. Hier ist wahrscheinlich besser. Springen. Uiui. Ohlalala. Und jetzt wohin? Oh, hallo. Hohohoho. Heftig. Habe ich vielleicht Flügel, Private? Nein, Sergeant. Ich bin ja auch nicht Ihr verdammter Schutzengel! Hehehe. Scheiße! Ich hab da drin zwei Männer verloren! Wir müssen uns jetzt zusammenreißen und diese Kanonen zerstören! Na los! Alles klar, weiter! Ich kann's das mir nicht sehen! Ich kann's das mir nicht sehen! Das Beste, was wir jetzt tun können, ist diese Position verhalten! Die Deutschen laufen hier nicht hoch! Ich hab noch mehr Granaten! Was muss ich drücken? Oh! Granaten hast du? Ah, da gib mir welche! Komm! N, N, N! Da drüber! Na los! Sie brauchen Deckungsfeuer! Also ich seh nicht, wo die sind. Mal schauen. Oh! Da unten! Granate! Werfe eine Granate! Boah! Ich hab die falsche Waffe! Was will ich damit? Weg! Flammenwerfer! Geil! Wo seid ihr? Kommen sie? Yeah! So nicht! Brutzel die Brutzel! Hier ist keiner! Wo gehen wir hin? Bei welchen Treppen bitteschön? Bei denen? Hallo! Tunc! Boah! Boah heftig! Woh, hau ab! Scheiße! Erfeine Granate! Boah, da ist ja noch einer. Oh Mann. Ich habe fast nichts mehr drin. Haben wir es? Wow, 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 wow. So, M, 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 wo ist M? Und wohin? Komm mal. Oh, 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 oh. Was macht der Typ da? Aber sonst geht's? Oh, 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 oh. Boah. Oh, 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 oh. Okay. Alles erledigt. Gute Arbeit, Männer. Sie haben alles gegeben. Diese Mistkerle ziehen sich zurück. Das war verdammt gute Arbeit. Dankeschön. Vielleicht haben sie sich in ihnen geirrt. Hm. Das war keine Glanzleistung, Männer. Ich war viel zu nachsichtig. Mal sehen, woraus sie wirklich gemacht sind. So ein Spielverderber. Wie Mittlers Kopf auf ein Silbertablett bringen, meckert er noch, dass es nicht poliert ist. Wenn wir weiter, so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei. Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen. Okay. Bin dabei. Ja, das war jetzt... Also zumindest hier... Wir haben Marie nie erobert. Die Deutschen ziehen sich so schnell zurück, wie wir vorstoßen. Dafür stehen wir jetzt mehr denn je in Pearsons Fadenkreuz. Wir müssen es ihm wohl einfach beweisen. Wir müssen es ihm wohl einfach beweisen. Whatever. Das war eine geile Mission. Zumindest das Ende war richtig geil. Kam zumindest auf meinem Bildschirm sehr geil rüber. Ja, eigentlich auch der perfekte Moment, um die Folge abzuschließen. Und ich werde dann auch gleich mal so schnell wie möglich einen nachlegen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Bis dann. Tschüss.